Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Time. Weiter geht's in meiner... Ne, Höhle sind wir ja nicht. Wir sind hier gerade auf dem Sub-Server, beziehungsweise auf dem ehemaligen Sub-Server. Auf meinem Server sind wir gerade und da gab es ja ein Gewinnspiel. Ihr solltet ja die Stufen zählen, die hier waren. Hä? Da. Und zwar ging es um die Einzelstufen. Allerdings wurden auch die Blockanzahl, also die Höhe bis hier oben hin eingereicht und auch halt die Stufen. Deswegen hat beides gezählt. Gewinner sind in der Videobeschreibung zu finden und die bekommen dann heute, sobald dieses Video online kommt, ihren Preis. So, nur damit ihr Bescheid wisst und ich sehe gerade, hier hat sich schon einer angesiedelt. Bitte nur unterhalb des Berges wohnen, so wie da unten. Nicht hier oben. Der muss nochmal umziehen. Wer hier auch nochmal mitspielen möchte, Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier mal in dieses Haus rein. So, und da sind wir auf dem Timeserver wieder. Wie gesagt, Link dazu und alles in der Videobeschreibung. So, da sind wir auf dem Timeserver wieder und ich habe gerade gesehen, also die Footsteps sind mir so ein bisschen auf den Sack, ey. Manchmal kann man hier auch lauter und leiser machen. Müsst ihr mal in eure Controls gucken. Bei mir ist das auf M, ich glaube bei euch nicht. Und das Biome Soundscale ist auf 70%. Master Volume habe ich immer auf 20, gerade auch wegen der Aufnahme. Ich glaube, so geht. Also ein bisschen finde ich die Schritte ja geil, weil sonst fehlt mir da irgendwas. Aber ansonsten alles gut. Ah ja, genau. Ich habe hier jetzt für die, oder für das Holodeck, habe ich quasi eine Stromversorgung gebaut. Eine separate. Dazu aber später mehr. Auf jeden Fall ist jetzt genug Strom drin. Mal. Ich brauche noch einen Lageplan, wo was ist. Ich meine, klar, hier die Gänge sehen alle sehr, sehr gleich und eintönig aus, sage ich mal. Aber ich finde, gerade hier muss es gleich aussehen. Warte mal, genau, minus eins war das. Weil ich fände, wenn hier alles unterschiedlich aussehen würde, würde das irgendwie zu unruhig aussehen. Genau. Da habe ich quasi eine Zelle gebaut, weil ich habe ja diese ME-Speicherzellen gebaut. Also da ist jetzt keine Kreativzelle mehr hinter, da ist wirklich eine Zelle hinter, die das Ganze mit Strom versorgt. Und nämlich haben wir, äh, ah genau, 1,66 Giga AE und 150,33 Mega AE. Also das ist schon viel zu groß da hinten. Dazu dann aber später mehr. So, was jetzt kommt, ist folgendes. Und zwar habe ich gehört, dass momentan die Quantum Query mit den neuen Updates, die natürlich auch ein paar Verbesserungen reinbringen und ein paar neue Items, Buggy ist ein bisschen. Deswegen werden wir die jetzt erstmal abschaltbar machen, so dass die Quantum Query nur läuft, wenn wir nicht auf dem Server sind. Dann machen wir noch einen Player Detektor hin. Ich meine, ist klar, ne? Die ballert so viele Items hier durch, dass das echt schon der Wahnsinn ist. Ja. Und aus. Und, ähm, hier auf der Seite sollen auch eigentlich Laser Drills hinkommen. Irgendwie habe ich das verschwitzt. Also ich dachte mir so, ja, hier kommen Laser Drills hin, so, bauen wir dann. Und dann irgendwie, als es dann soweit war, habe ich irgendwie keine Laser Drills gebaut. So. Aber das können wir jetzt mal ganz kurz angehen. Wobei, ich hätte ganz gern einen, einen Unbreakable Wand. Dafür bräuchten wir allerdings einen Netastar. Haben wir noch einen Netastar? Netastar. Oh, der Heiko wieder. Äh, Unbreakable Wand. Genau, man kann den so machen. Dann hat er wie viele Blöcke? Da steht hier gar nicht. Also zur Erklärung, der kann relativ viele Blöcke setzen. Also mehr als mein anderer Wand, den ich hatte. Und wenn man den kombiniert, kann er immer mehr setzen. Also das ist ein einfacher. Das sind zwei einfache, die einen doppelten geben. Das sind zwei doppelte, die einen vierfachen geben. Und ich glaube, der einfache ist so bei, keine Ahnung, ein paar hundert Blöcke. Und dann ist der irgendwie bei mehrere tausend Blöcke. Unbreakable Wand. So. Den wollte ich schon so lange haben. Aber jetzt, mal im Ernst. Also der war echt schon, ne? War schon gut. Ah ja, genau. Gerade, wo wir bei Ankündigung waren. Ah, was heißt Ankündigung? Also ich habe ja gerade den, den, äh, den alten Sub-Server, also den Server für euch, mal nochmal gezeigt. Und, äh, was heißt gezeigt? Nochmal kurz angeteasert. Und morgen Abend ist noch was Spezielles. Und zwar gibt es dort einen Livestream. Heiko ist der deutsche Host, der deutsche Horst, für den MeinCon Livestream. Also den deutschen Livestream. Und da Heiko jetzt nicht die beste Internetleitung hat für einen Livestream, hat er gefragt, ob wir das hier machen können. Also bei mir zu Hause. Und deswegen werden wir quasi den Livestream bei mir machen. Und werden dann auf Heiko seinem Livestream, oder auf Heiko seinem YouTube-Kanal wird dann der Livestream laufen. Also es ist dann ein YouTube-Livestream. Wer da Lust hat, Link zum Heiko in der Videobeschreibung. Ich werde auch da sein. Und die Besonderheit ist diesmal, also wir wissen es noch nicht hundertprozentig, was da, ähm, gezeigt wird für Minecraft. Letztes Mal war ja dieses Aquatic-Update. Ich glaube, ja, ne? Und, ähm, jetzt haben wir so im Verdacht, dass es quasi eine, ähm, einen Mod-Support gibt. Also eine Mod-RP mehr oder weniger. Ah, guck mal. Och. Wie kann ich denn mit dem normalen Stab hier arbeiten? Ey, Wahnsinn. Warte. Bin mir nicht sicher, ob wir den Raum hier noch benutzen können, weil hier so viel Zeug drin ist. Aber wir versuchen es mal. Dann brauchen wir noch ein paar Factory-Blocks. Haben wir nicht? Auf jeden Fall hoffen wir, dass es quasi eine Minecraft-Mod-RP ist. Äh, was man davon hat, oder was ihr davon habt quasi, dass es einfacher ist, für die Minecraft-Version, ich glaube auch für die Windows-Version, dann Modifikationen zu erstellen und zu schreiben. Vorteil ist natürlich, dass es dann mehr gibt und besser angepasste Modifikationen. Das heißt, dass auch leistungsschwächere Rechner höhere Mod-Packs verarbeiten können. Och, das wird schwer, oder? Also, wo jetzt manche sagen, oh, Time geht aber nicht so gut. Übrigens, die Lite-Version ist jetzt auch draußen, soviel ich weiß. Guckt dazu auch meine Videobeschreibung. Und der Link zum Mod-Pack ist ja seit Anfang an drin. Haben manche immer noch nicht gefunden. Ach genau, hier ist das Kabel ein tiefer, richtig? Ja, genau. Ja, top. Dann die Decke hier richtig hoch. Und da kann man dann auch, also das Lite-Pack ist ein bisschen abgespeckter. Ich glaube, da braucht er nur 4 GB RAM. Hier braucht er ja schon so um die 8 oder so, oder 6 bis 8 oder so. Damit das einigermaßen läuft. So. Dann haben wir das hier schon mal fertig. Das ist soweit klar. Also, ich mache jetzt hier den Raum. Ich glaube, das wird jetzt auch ein Mehrteiler, wenn man so möchte, dass ich das hier einmal alles abfrühstücke. Frühstück. Hey, ich kann eine Blöcke mehr da, hey. Wobei ich würde, eigentlich müsste der Raum nur gespiegelt werden davon ab. Zack. Boah, diese Baumod ist so geil, ne? Das ist übrigens Better Placement. Ja. Ist aber nicht zu kombinieren mit der Mod Tough of Nails oder Tough of Nails? Also, diese Mod, die wir in Lava haben. Und seht es mal so. Lava ist im Grunde so eine Art Spaßprojekt. Wo man... Oder die Projekte mit den Jungs da. Das sind im Grunde so... Ja, wie soll man die nennen? Unterhaltungsprojekte? Also da, wo man weniger was baut und zeigt, als dass man macht und tut. Also, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hoffentlich. Deswegen guckt da mal rein. Das ist quasi nichts zum Lernen, aber was zum, zum, ne? Vielleicht mal was zum Lachen, das war sehr vorbeil. Da muss ich davon ab. So. Ey, dieser, dieser Raum, ne? Aber der wird super, sag ich euch. Der wird super gut. Wenn der Raum fertig ist, ist der, der Wahnsinn. Und ich hab mir jetzt auch mal ein, ähm, Custom NPC, genau, Custom NPC, äh, Test-Server gemacht, um so ein paar Sachen zu machen, und, ähm, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, was, was andere, 1, 2, 3, 4, 5, was andere Kanäle angeht, was die damit machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, gut, ich muss es erstmal besser machen, aber wenn man sieht, was mit Custom NPC möglich ist, und man sieht, was wirklich namenhafte Kanäle damit machen, muss ich sagen, das ist echt schon wenig. Also, bin ich, bin ich echt schon traurig. So rum. Wenn man so denkt, so, ah, okay. Ich meine, so ein paar Dialoge, das ist mal eben, also ich hab mich mal ganz kurz da reingefuchst. So ein paar Dialoge, wo man, sag ich mal, Sachen annehmen kann, oder, oder kurz mal mit dem Quatsch. Kann man, glaube ich, innerhalb von 5, 5 Minuten lernen. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten auch machen. Also nur diese Dialoge, was halt ein bisschen schade ist, muss man sagen. So, die nehmen wir und schiseln die mal ganz kurz in Studi-Blöcke. Studi, Factory Studi-Blöcke. Und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht die Laser Drills angehen. Und hier machen wir dann fernbedienbare, äh, ne, andere Blöcke hin. Ah, warte mir, wo ist da eine Decke rein, ne? Genau, und hier muss auf jeden Fall der Absatz zwischen, sonst geht das nämlich nicht. Obwohl, ich glaube, bei denen geht es schon, bei Laboratorie-Blocks geht es nicht. So. Ja, bei denen geht es, die erzeugende Ecke. So. Wenn man Laboratorie-Blocks über die Decke hinauszieht, dann sind die einfach länger. Oder sind die, ist das bei denen auch? Ich glaube auch. Achte mal drauf, hier ist eine Ecke. Immer noch, okay. Bei denen funktioniert es wohl. Okay, dann haben wir das schon mal fällig. So, dann machen wir hier mal zu. Das wäre dann auf der Höhe. Ja, komm, dann können wir aber auch einmal so machen. Ich könnte wette, manche würden das einfach hohlassen. Ich nicht. Ich muss sagen, da kann auch eine Spinne spawnen. Theoretisch. Warte. Ah, genau, jetzt sieht man es auch da oben. Ja, geht. Geht perfekt. Also ist das total Latte, wie ich das aufteile da oben. Und dieses Projekt, was Heiko und ich dann machen werden, in dieser Welt auch, das wird dann quasi, wenn alles klappt, im Dezember starten. Und, ähm, ja, da werden wir dann auch viel mit Custom NPC machen. Was übrigens eine sehr, sehr geale Mod ist und damit auch sehr, sehr viel geht. Ja, ich würde sagen, das haben wir dann schon mal. Dann kann man, also die, die Quantum Queries kann man natürlich noch laufen lassen, wenn keiner auf dem Server ist. Also klar. Die verursachen zwar Lacks, aber die funktionieren halt immer noch super gut für die Rohstoffgewinnung. Okay, warte mal, da ist der Boden. 1, 2, 3. Nein. Und da noch. Und es gibt hier noch so viel zu tun. Das ist der Wahnsinn. So, äh, oder wie sagen das manche? Make Minecraft great again oder so. Das ist ja auch so ein YouTube, äh, nicht so ein YouTube. Doch, doch, gab es auch mal. Make YouTube great again. Gab es auch mal. Also gibt es bei vielen. Oder make America great again. Und, und, ich glaube, damit ist der Rotpilz mal letztes, letztes Mal in Amerika rumgelaufen mit so einer Mütze. Aber nur am, äh, am Flughafen. War schon ein bisschen provokant, aber okay. Kann man ja mal machen. Haha. So, das war da. Und vielleicht machen wir das hier als Hashtag. Für, für, für Minecraft. Make, äh, make Minecraft. Make Minecraft great again. Schauen wir mal. So, guck mal. Wird der geilste Raum ever. Obwohl, wir kommen relativ gut voran, ne? Wenn wir, wenn wir es schaffen, können wir den Raum vielleicht schon stylen. Na, ich glaube nicht. Und dann können wir das nächste Mal richtig geil bauen. Also nicht geil bauen, sondern geil abtechniken. Ihr seht aber, Technikräume sind mehr in dem Stil gebaut. Hat aber alles einen Hintergrund. Hier ist übrigens der Garten drüber, wo es hier durchtropft. Warte, ich glaube. Wenn ihr mal seht, wie das hier zusammenhängt alles. Das ist voll geil. Hey, da kommt Wasser raus. Hätte das gedacht. Nein. Ach. Ich kann keinen Erdblock mehr abbauen, ohne dass er im System landet. Hier. Oh. Wie nah das einfach alles ist. Boah, das ist so cool da. Ich gucke mich echt den ganzen Tag dran. Oh nein. Alter. Die Magnet-Cut ist echt der Hammer. Ey, ist der, der Hammer. Perfekt. Ich habe hier in meinem Terminal eine Magnetkarte. Übrigens, danke für den Tipp. Magnetkart. Und da werden Items rausgefiltert. Und zwar Kabelstone, Limestone, Dirt, Underside, Granit, Diorit, Marble, Gravel und Sand. Das heißt, wenn ich diese Sachen aufnehme, hat man gerade bei dem Dirt gesehen, landen die nicht automatisch in meinem Inventar, sondern direkt im ME-System. Das ist super krass. Wenn man mal überlegt, wie viel Kram man immer aufnimmt. Das heißt, dass man das Inventar nur noch mit coolen Sachen voll hat. Meistens. So, jetzt regnet hat es schon mal nicht mehr durch die Decke hier durch. Genau, hier sollen die Laserdrills stehen. Blöde ist, die haben wohl kein Laser mehr. Das war nicht ein bisschen traurig. Geht der Name so ein bisschen verloren. Ist ja dann kein Laserdrill mehr. Ist ja dann nur noch ein Drill. Und da machen wir... Ah, ich glaube, hier war das. Wenn ich jetzt hier eine Blockreihe mache, eine normale... Ach, mache ich ja nicht. Egal. So geht's. Genau, hätte ich da jetzt Steinhänge gemacht, dann wäre die Kontur weiter nach oben gegangen. Wisst ihr Bescheid? Aber hier mache ich mal jetzt anderes Zeug hin. Und zwar das. Kommt schon, den Raum kriegen wir noch hin, oder? Bitte, bitte. So, voll geil, weißt du. Ich gucke auf die Ruhe. So, man sieht auch, jetzt fällt es auch einen auf. Achtung auf die Steine. Die ploppen raus. Und sind weg. Plopp weg. Das passiert nicht bei Tinohr. Achtung. Tinohr fliegt immer hin. Weil das halt nicht im Filter drin ist. Ne, hör mal. So, da kommt wahrscheinlich der Boden dann hin. Oh ja, hier kann ich alles noch aus... Ich glaube, ich mache hier gleich alles voll unten. Alles. Warte mal. Warum habe ich denn jetzt die Decke so gemacht? Ah, den kann ich doch so machen. Ho, ho. Dann kann man hier die Reihe noch ausfüllen. Und ansonsten wäre hinten die Reihe komplett mit dem... Und jemand sagt ja, ich soll mal einen größeren Exchanger bauen. Hab da natürlich vollkommen recht. Aber das ist... Also ich wollte im Stream mal gucken, so mal eben bauen. Aber den kann man nicht mal eben bauen. Das ist echt krass. Den kann man nicht mal eben bauen. Das ist super heftig. Da braucht man eine Flüssigkeit für. Und da muss man das befüllen. Und... Ist schon gut. Also bauen wir auf jeden Fall, aber... Und da auch wieder... Könnte ich mir einfach sheeten. Aber das machen wir nicht. Alles, was wir schon mal gebaut haben, bauen können. Das ist in Kreativfolgen erlaubt. Alles andere lieber nicht. Oh, alles dunkel. So, jetzt gehen wir mal her und sagen... Oh, hier fehlt noch der Boden. Hier ist nämlich ein tiefer... Als die Leitung. Also so. Zauberstab. Und dann kann der Boden da rein. Achtung. Der Stab ist so krass. Äh... So. Ja, Boden können wir gleich da reinsetzen. Ich mach jetzt mal hier so eine Umrandung dran. Dann ist da die Mitte schon mal safe. So. Mitte gesaved. Ah, ich glaub, davon hab ich aber nicht genug Steine. Davon werden wir jetzt ein paar mehr brauchen, glaube ich. Ja, ist doch gut hier. Pass auf. Zack. Dann da noch einen rein. Wie weit das geht? Das geht bis da hinten. Ah ja, jetzt haben wir keine Blöcke mehr. Limestone. Nur noch 1,2 Millionen. Für den haben wir uns ja mal entschieden, weil... Weil, ähm... Das Granit und das Blue Shist, das gab's hier noch nicht in dem Modpack. Mittlerweile schon, aber ich wollte nicht jetzt alles umbauen. Wenn die Höhle ja ähnlich wie bei... Gronkh sein After Humans werden sollte. So. Nein. Und ich sagte, sagte gerade so, alles safe. Ist klar, Allah. Boah, Alter. Direkt umrandet so von dem Stab. Hier, guck mal. Der ganze Boden. Achte mal drauf. Der ganze Boden. Blub. Ist zu. Jetzt kann man hier fast den Boden setzen. Ja, da müsst ihr einmal gucken. Bis hier würde ich sagen. Da genauso. Ja, jetzt können wir durchziehen. Achtung. Stromkabel muss auch noch gleich irgendwie weg. Ah, schon wieder leer. Schon wieder out of blocks, Alter. Oh. Das war immer so geil. Bei Skyworld habe ich halt auch den Stab benutzt. Allerdings in einer sehr, sehr großen Fläche. Und da hat es immer geleckt, wenn ich halt eine Reihe Steine gebaut habe. So. Einen noch hoch. Noch einen hoch. Boah, Alter. Wir haben, glaube ich, gleich den ganzen Raum fertig. Komm, wir machen mal nochmal eben. Giselle. Dann können wir die Giselle bauen. Giselle, Unbreakable Wand. Da. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob die reichen. Aber sehen wir jetzt. Ah, warte mal. Da in der Ecke darf das nicht hin. Da muss so ein Ding hin. Und dann will ich hier wieder. Nein. Ach, Mann. Sind auch Factory Blocks, by the way. Deswegen kam jetzt die plötzlich raus. Okay, aber ich würde mal sagen, ich lege nochmal eben den Boden hier rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es wieder ein bisschen mehr gibt, außer nur Boden und Wände. Also, haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss.